Hier siehst du eine sehr schonende Möglichkeit, das Fleisch für deinen Hund zu kochen. Diese Garmethode nennt sich Dünsten. Dabei wird mit ganz wenig Wasser oder sogar ganz ohne zusätzliche Wasserzugabe das Fleisch in einem geschlossenen Gefäß erhitzt, auf etwa 80 bis 100 Grad. Die Flüssigkeit, die aus dem Fleisch austritt und die niedrige Temperatur verhindern, dass das Fleisch anbrennt, sodass du also nicht umrühren musst, sondern einfach nur etwas Zeit brauchst, bis das Fleisch dann schonend fertig gegart ist. Wichtig ist nur, dass du ein geschlossenes Gefäß nutzt, damit der Dampf nicht austritt, sondern aufgefangen wird. Das Fleisch wird so beim Dünsten nicht zu einer angebratenen Schuhsohle, sondern bleibt sehr saftig und zart.